Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast, heute mit einem Dreierpack an Events. Wir hatten UFC, wir hatten Vasilomachenko und wir hatten Bernackele FC. Viel Spaß bei dieser Review. Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Fangen wir am besten bei der UFC Fight Night an. Cyril Gahn vs. Alexander Wolkow im Main Event dieser UFC Fight Night. Und an sich war die Main Card, es waren, sagen wir mal, gemischte Kämpfe dabei. Es waren sehr spannende Kämpfe dabei. André Fili zum Beispiel hat einen guten Fight abgeliefert, aber darüber müssen wir gleich sprechen. Timur Valjev hat eine Majority Decision gewonnen. Tanner Bosa hat Ovin St. Proulx ausgenockt und da gibt es eine Revision, da gibt es eine Beschwerde. Also an sich war das definitiv eine solide Fight Card. Es war eine gute Fight Night. André Fili hat Daniel Pineda nicht offiziell besiegt. Er hat ihn im Kampf zwar besiegt, er war der Bessere und er hätte diesen Kampf eigentlich auch schon finishen können. In der ersten Runde sogar schon, aber dann gab es in der zweiten Runde diesen Eye Poke. Dieser Eye Poke, der den Kampf zu einem No-Contest gemacht hat. Es war ein aus Versehener Eye Poke und man kann Daniel Pineda nicht die Schuld geben. Der Typ konnte sein Auge nicht mal öffnen. Daniel Pineda konnte sein Auge nicht öffnen und wollte weiterkämpfen. Der hat zum Referee gesagt, hey ich kann weitermachen und der Arzt, der hat aber abgebrochen. Was mich ein bisschen geärgert hat war, dass man die fünf Minuten nicht abwartet. Das heißt, man sagt Daniel Pineda hat fünf Minuten. Nach zwei Minuten sagt aber der Arzt, ja hör zu Kollege, nee du kämpfst nicht mehr. Finde ich nicht gut. In meinen Augen sollte man die fünf Minuten abwarten und dann sollte der Arzt entscheiden, soll der Fighter noch antreten können oder nicht. Pineda wollte weitermachen, trotz einem geschlossenen Auge. Er durfte nicht weitermachen, da ging die Gesundheit des Athleten ganz klar vor und deshalb No-Contest. Schade für André Fili, einfach weil er schön performt hat, super guten Fight abgeliefert hat und diesen Kampf auch gewonnen hätte, höchstwahrscheinlich. Im Cobain-Event hatten wir Tanner Bowser gegen Ovin St. Pru und das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Denn es gibt den Vorwurf, dass Tanner Bowser zum Ende hin den Käfig berührt haben soll und am Käfig gezogen haben soll, also sich am Käfig festgehalten hat, dadurch die Position wechseln konnte und mit dieser wechselnden Position kam es dann zu diesem Knockout gegen OSP. OSP wurde ausgenockt und OSP will diese Entscheidung jetzt auch appealen. Also er will dagegen vorgehen, er will bei der Athletic Commission in Revision gehen. Wird ihm nichts bringen. Man hat in der Wiederholung, in der Slow Motion ganz klar gesehen, dass Tanner Bowser seine Hand zu einer Faust geballt hat, bevor er den Käfig berührt hat. Also er hat sich nicht am Käfig hochgezogen, das wäre verboten. Hat er nicht gemacht. OSP wird bei diesem Appeal keine Chance haben, einfach weil es so nicht war, wie er es darstellt. Und schade für OSP, Tanner Bowser hat aber auch die erste Runde gewonnen. Also Tanner Bowser sah in der ersten Runde besser aus als OSP und hat auch einen soliden Fight abgeliefert. Dann kommen wir zum Main Event. Alexander Wolkow, die Nummer 5 im Heavyweight gegen die Nummer 3, Cyril Gahn. Cyril Gahn ging relativ flink in diesen Kampf rein. Wolkow aber auch. Wolkow mit sehr schönen und sehr starken Lack-Kicks. Viel Druck gemacht. Aber die Octagon Control, die hatte die allermeiste Zeit Cyril Gahn. Mich hat es überrascht, was für eine solide Takedown-Defense Alexander Wolkow hat. Also Cyril Gahn hat ihn nicht zu Boden bekommen, nicht einmal. Dabei hatte er 4, 5 Takedown-Versuche. Wolkow, der gegen Curtis Blades so massive Probleme hatte, hat mich in der Hinsicht dann doch positiv überrascht. Auf den Punktzetteln hat Cyril Gahn mindestens 4 Runden gewonnen. Also 2 Judges haben ihm 5 Runden gegeben. 1 Judge gab ihm 4 Runden. Ganz so eindeutig habe ich es dann doch nicht gesehen. Ich denke, die 1. Runde war relativ knapp und die 4. Runde ebenfalls. Cyril Gahn hat verdient gewonnen. Aber auch da muss ich ganz klar sagen, es wäre für Cyril Gahn jetzt viel zu früh, würde er ein Titelfight bekommen. Ich bin großer Fan davon, wenn man ihn vielleicht gegen Stipe bucht. Auch wenn Stipe da wahrscheinlich was dagegen hat. Ich bin auch großer Fan davon, wenn man ihn gegen den Verlierer von Engano gegen Lewis bucht. Für Engano selbst als Champion oder für Jon Jones sogar wäre es zu früh in meinen Augen. Cyril Gahn ist der technisch beste Kämpfer aktuell im Schwergewicht, neben Stipe, würde ich behaupten. Und auch der versierteste. Aber für einen Champion Engano ist es noch zu früh, weil sich Engano, das haben wir gegen Stipe gesehen, auch brutal weiterentwickelt hat. Dann hatten wir Vasil Lomachenko. Der ist wieder da. Der hat sich in seinem letzten Boxkampf gestern Nacht wirklich sehr, sehr stark zurückgemeldet. Hat seinen Gegner in der 8. Runde finishen können und sah wirklich sehr, sehr gut aus. Seinen letzten Kampf hatte er verloren, wie wir wissen. Aber jetzt kam er wieder mit einem Sieg zurück. Sehr, sehr wichtiger Sieg auch für Loma. Dann hatten wir ebenfalls Bernackel FC. Bei Bernackel FC gab es ein Post-Fight-Brawl. Und zwar Hector Lombard, der hatte seinen Sieg gefeiert. Er war der neue Champion bei Bernackel FC. Und dann kam ein potenzieller Titel-Contender in diesen Käfig und hat getrash-talked. Hector Lombard hat sich das nicht lange anhören lassen. Hat direkt daraufhin ihm zwei Fäuste verpasst. Und damit war sein Gegner dann auch wieder still. Spannende Sache. Hector Lombard, UFC-Veteran, kennen wahrscheinlich einige. Und dann war es das mit dieser Episode. Was meint ihr? Sollte Cyril Gahn, Francis Engano kämpfen? Sollte er gegen Stipek kämpfen oder gegen den Verlierer von Engano gegen Lewis? Schreibe mir eure Meinung unten rein. Ich freue mich auf die nächste Episode. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt wieder auf MMA bei Instagram. Und damit, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020